Ready or not, here I go! Und zwar Only Nooktown, da ist Double EP und Double Weapon XP drauf und dann gibt es Leute wieder Black Jacks Waffenspiel, also wenn ihr noch keine DLC Waffen habt oder keine DLC Waffe habt, die ihr unbedingt haben wollt, so wie ich zum Beispiel die Olympia, dann ist das die Chance, damit ihr damit zocken könnt. Und Leute, dann gibt es noch eine neue Tarnung und zwar diese hier, überwuchtet, sieht richtig geil aus auf der VMP jetzt, ich habe es auf der VMP jetzt mal oben, dass ich euch zeigen kann, weil die VMP einfach meine Lieblingswaffe ist. Und ja Leute, dann würde ich mal sagen, wir stürzen uns gleich mal in Black Jacks Waffenspiel, also sehen wir uns gleich in der Runde. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, bei Black Jacks Waffenspiel habt ihr Double XP, Double EP und Double Kryptos. Alles klar! Also könnt ihr gleich mal das ganze Wochenende wegschwitzen, bevor WW2 anfängt. Bei uns dauert Black Shops 3 noch ein bisschen, da wir eben das Turnier noch machen. Wir hoffen auch, dass es weiterhin noch gut ankommt, wenn WW2 auch schon draußen ist. Und ja, ach ja Leute, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich bin heute extrem vergesslich, ich weiß, es gibt noch eine Big Box Bundle, da sind hunderte Packs mit seltenen Vorratslieferungen drinnen, um 5000 CP Points. Ja Leute, das sind jetzt auch schon in einer Runde auf Stronghold, irgendwie hat sie schon angefangen, keine Ahnung. Also mal gucken, was hier so geht. So, erster Kill ist da. Den zweiten muss ich jetzt ein bisschen campen, da habe ich einen gehört. Was? What the fuck? Ich bin absolut der schlechteste Spieler in Waffenspiel. Nein. Guckt euch das an. Ich bin der schlechteste, bist du AFK? Bitte bist du AFK? Scheiße ist er nicht. Ja, danke. Hinter mir, vor mir, was willst du da machen, Alter? Oh mein Gott, ich dachte, das ist schon die Heiligsvier, Alter. Mann. Ja, Mann. Alter, habe ich hier keinen Nachbrenner oder wie sieht es aus? Schluck. Komm her, Digga. ETF. Ja, Mann. Jetzt kommt der Typ mit der Nagelpistole. Das war so klar. Schluck doch nicht so viel. Komm her, Digga. Komm her, Digga. Ja, Moin. Was? Bin absolut der schlechteste. Oder? Ja, nicht mal. Ja, danke. So, let's go. Keine Chance gegen LMG, Alter. Was? Was? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Nein. Alter, warum Peacekeeper mit Thermal? Seid ihr dumm? Ja, wahrscheinlich. Ey, Mann, ich hasse Waffenspielen. Danke. Nein. Nein. Scheiße. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ich habe richtig reingeschissen. Also, ich bin mir sicher, ihr könnt das besser wie ich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Gönnt euch weiterhin die Streams von den Turnieren. Ich bin raus, haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.